Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ETS 2 in Multiplayer. Ja, ich bin gerade von Bratislava nach Linz mit einem Druckluftbehälter unterwegs. Dafür bekommen wir 2300 Euro gehabt. Ja, dann fahren wir mal los. Aber die Arm bläst. Dann müssen wir inkassen, einen Gang runter schalten, dann warten. Ampel grün. Jetzt können wir fahren. So. Umschalten, dann können wir loslegen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amn ist da ab Ich werde es nicht mehr sehen, aber ich werde es nicht mehr sehen, aber ich werde es nicht mehr sehen. 60 Amper Egefon Wait... Ah... Halt... 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 Und dann... Schauen wir... Wann wir dort sind... Halt... 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 Fahre weiter, dann sind einer Stunde, 30 bis 20 Kilometer. 6 Kilometer. Anhaun Anhaun Damit den Auftrag fertig ist. Ja. Und noch 50 Kilometer und 47 Minuten. Dann sind wir fertig. 38 Kilometer sind. Um 4.55 Uhr greifen wir dort ein. 4.53 Uhr. Da steht auch einer. Und jetzt wieder der BG Stefan. Einer von Burning Gamers. Da muss ich... Da muss ich... Da muss ich... Da drücken. Irgendwer ist schon wieder da. Hier geht's. Ampel. Da drücken. 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 Komm, mach Grün. Komm schon. Okay. Ich bin schon wieder da. So, dann machen wir. Fertig. Oh. 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 Mann. 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 So. Dann sage ich danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen und einen netten Kommentar schreiben wenn ihr wollt und falls ihr noch nicht abonniert dieses Kanal seid vergesst nicht zu abonnieren, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, haut rein und bis zum nächsten Mal Tschüss